Hier ein großes Terrarium hinzustellen. So, ihr könnt auch sehen, die Fische fressen alle Türen. Und hier habe ich ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich jetzt hier so, das ist ziemlich über Wucher, das werde ich euch noch mal ein bisschen ausbäumen und ein bisschen frei machen. Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mein zweites Studio hier. Ich habe das schon vor ein paar Wochen, Monaten erwähnt, dass ich da ein bisschen umbauen möchte. Und jetzt die letzten Tage habe ich da ein bisschen was umgebaut. Und das zeige ich euch heute. Bevor es aber hier in den anderen Raum rüber geht, zeige ich euch noch ein paar andere Sachen. Zum einen steht hier jetzt das Moosbild am Boden. Das werde ich noch irgendwo aufhängen. Ich weiß noch nicht ganz genau wo. Also das muss ich noch schauen. Dann hier das Paludarium. Hier in Gang ist ein bisschen Chaos, das muss ich noch aufräumen. Also das schaut so ein bisschen aus. Aber hier das Paludarium kommt jetzt bald weg. Und ich bin dann überlegen, was hier hin soll. Ich habe mehrere Ideen. Also eine Idee war, den Schreibtisch hier kürzer zu machen. Also einen neuen Schreibtisch, der ein bisschen kleiner ist, der dann hier hinkommt. Also mit zwei Bildschirmen. Und der PC dann irgendwo unten, dass ich hier meinen Schreibtisch habe. Und dann hier entweder die Bank hin. Oder halt noch mehr Aquarien oder Terrarien, was halt hier noch hinkommen könnte. Oder halt hier irgendwas Neues hin. Ich habe ja beim Interzo Video so ein paar verschiedene Reptilien auch gezeigt. Auch zum Beispiel Chamäleons. Aber ich habe mich noch ein bisschen mehr informiert über Chamäleons. und es ist ein bisschen aufwendiger zu halten und nicht zu einfach. Deshalb habe ich mich da schon mal dagegen entschieden. Aber ich möchte noch irgendein anderes Reptil haben. Aber ich bin noch nicht ganz sicher welches. Ich habe überlegt, einen Kronengecko oder einen Langschwanz-Echse war das glaube ich. Also so eine grüne. Die finde ich auch sehr cool. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was Reptilien und Echsen in die Richtung angeht, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Soll doch irgendwas sein, was pflegeleichter ist, weil das dann mein erstes richtiges Reptil ist. Hier habe ich ja meine Pfeigefrösche, denen geht es auch sehr gut. Und die Überlegung ist, entweder hier ein großes Terrarium hinzustellen oder dann hier, das würde ich dann entscheiden, auf jeden Fall ist der Plan zumindest ein Terrarium zu machen, was so groß ist wie das. Oder wenn die Tiere, für die ich mich entscheide, ein bisschen mehr Platz brauchen, dann auch ein bisschen was Größeres. Bevor wir jetzt rüber gehen, füttern wir nochmal die Fische. Ich habe hier jetzt schon so einen Danio Axelrodi eingesetzt. Fünf Stück, also nicht so viele. Da schalte ich auf jeden Fall den Filter aus, damit der Filter nicht das Futter mitfrisst, weil ich hier auch so einen Skimmer montiert habe. Und wenn ich jetzt füttern würde, würde er das Futter einsaugen. Ich fütter meistens das Bio-Kran von Acker. Das ist ein biozertifiziertes Futter, was richtig gut ist. Also kann ich sehr empfehlen. Wie man sehen kann, die Dose wird schon leerer. Also das fütter ich meistens. Hier ist halt nicht so viel, weil nicht so viele Fische drin sind. Und weil die nicht so von der Oberfläche fressen, mache ich das immer so unter Wasser, damit das gleich sinkt. Und hier kann man sehen, die fressen das. Es sinkt jetzt auch einiges am Boden. Aber ich habe ja auch viele Garnelen in dem Aquarium, die fressen, dass da was runter fällt. Ich habe hier jetzt auch mittlerweile fast keine Algen mehr, oder gar keine Algen mehr, was man sehen kann. Deshalb ist es auch ganz gut, wenn die ein bisschen Futter bekommen. Und dann hier in dem Aquarium sind ein bisschen mehr Fische drinnen. Ich habe das Futter auch hier in das AP-Glas von ADA gefüllt. Da muss ich nicht immer die Dose aufschrauben und ins Futter greifen. Und hier kann ich einfach ganz einfach dosieren. Hier ist es auch so, dass der Filter das gar nicht so gut einsaugt, weil so viele Wurzeln und so im Weg sind. Deshalb fütter ich das einfach ohne Filter auszuschalten. So, ihr könnt auch sehen, die Fische fressen alle schön. Auch hier die Pfeffersäumler bekommen auch was ab. Da sieht das auch ein bisschen verteilt durch die Strömung. Also auch sehr, sehr gut. Und natürlich auch hier die Cardinalsfische. Da kommt auch ein bisschen Futter rein. Die freuen sich da auch drüber. Auch die Panzerwälse am Boden bekommen auch gleich was ab. Da hätte ich eigentlich viele da aufschalten können. Also wäre ein bisschen besser gewesen, weil die Strömung schon ziemlich stark ist. Aber ja, mit einer Hand ist ein bisschen schwierig. Also Bio-Kran kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Es gibt auch eine Mikro-Variante. Das ist ein bisschen feineres Futter. Also für kleinere Fische werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Also schaut euch gerne vorbei und testet mal das Futter. Und jetzt geht es rüber in mein anderes Zimmer. In meinen anderen Teil vom Studio. Das hier hinter mir ist mein Wohnzimmer. Und hier ist meine Küche bzw. Esszimmer. Also hier kann man schon sehen die Küche. Und hier Esszimmer, Tisch. Und hier habe ich ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich jetzt hier so Ikea Regalsysteme gekauft. Also Schwerlastregale. Erstmal zwei Stück. Ich wollte mal schauen, wie ich die so finde. Und vielleicht werde ich die dann hier das Beste Regal hier. Oder die Bester Schränke hier auch noch austauschen. Weil das gefällt mir schon um einiges besser. Als die Ikea Bester Schränke. Hier habe ich einige Sachen stehen. Ich habe überlegt, ob ich das hier einrichten soll. Vielleicht machen wir das dann gleich noch in dem Video. Ich bin noch am überlegen. Ansonsten schreibt in die Kommentare, was ich damit machen soll mit dem 60F. Das habe ich schon relativ lange. Ist schon ein bisschen zerkratzt. Aber man kann auch immer was Gutes draus machen auf jeden Fall. Dann hier der 30 Liter Cube. Ohne CO2. Läuft immer noch sehr gut. Ich will euch jetzt regelmäßig Updates von den ganzen Projekten geben. Damit ihr auch nachvollziehen könnt, wie das Ganze läuft. Und wenn wir dabei so sind, kommt ein Projekt, was nicht so gut verläuft. Und zwar das fleischfressende Pflanzen Teil. Also das Glas und den fleischfressenden Pflanzen. Es ist aber meine Schuld. Ich habe das öfters übersehen zum Gießen. Vor allem jetzt am Ende. Aber ich hatte es hier stehen und da hatte ich hier umgebaut. Und da war alles vollgeräumt. Und ja mittlerweile lebt nicht mehr so viel. Ich habe hier noch seine Begonie eingesetzt. Das Jungus Rebens kommt jetzt mittlerweile. Also vielleicht wird es noch was. Und hier ist noch ein bisschen was von Autricularia. Also mal schauen. Vielleicht kommt es wieder. Aber aktuell schaut das nicht so gut aus. Und hier sind noch generell so Pflanzen, die halt nicht so gut ausschauen. Die hier mehr so zur letzten Rettung sind. Entweder werden sie noch was oder sie kommen weg. Und zum Beispiel hier das Wasserfall Terrarium. Paludarium. Das ist ziemlich überwuchert. Das werden wir gleich noch ein bisschen ausräumen. Und ein bisschen frei machen. Damit das wieder gut aussieht. Das machen wir dann gleich noch. Hier habe ich die Fliegenzucht. Sind gerade nur zwei Becher. Muss ich heute auf jeden Fall wieder was ansetzen. Für die nächste Zeit. Dann hier ist halt so alles voll mit Produkten. Also hier verschiedene, vor allem Ackerprodukte, was ich immer wieder verwende. Und auch so bei anderen Verbrauchsproduktsachen. Und hier habe ich halt verschiedene Boxen mit Zubehör. Alles was sich so ansammelt. Und das hier ist nicht mal alles. Also hier sind noch so ein paar Boxen. Hier zum Beispiel ein bisschen Schlauch. Hier habe ich lauter Blumentöpfe. Und ich habe auch noch drüben im Schlafzimmer auch noch Zeug. Also es sammelt sich echt viel an über die Jahre. Und hier das neue Highlight. Mein, ich würde sagen 3D-Druckstudio Setup. Also hier mache ich Sachen mit einem 3D-Drucker. Ich habe mir vor einigen Wochen, Monaten schon fast. Einen 3D-Drucker gekauft. Den BambuLab P1S mit den AMS. Also ein echt cooler und guter Drucker. Ich hatte früher schon mal einen. Und damals war immer ziemlich aufwendig das Ganze zu justieren. Und einzustellen. Und hier ist es echt sehr sehr einfach. Ich habe letztens auch ein bisschen zugeschlagen bei Filament. Da gab es eine Aktion. Und ich habe gleich einiges bestellt. Ein paar verschiedene Farben. Und auch so ein paar, was ich öfters benutze. Also ich druck einiges. Zum Beispiel hier. Hier habe ich auch ein Licht. Und zwar das Door Magnet Light. Und hier habe ich zum Beispiel einige Sachen gedruckt. Ich habe hier so eine Wand von Ikea. Scadi, glaube ich heißt die. Und da gibt es sehr viele verschiedene Boxen. Und das ist echt nice. Man kann sich verschiedene Halter drucken. Hier für die Kamera. Für das Ladegerät. Für die ganzen Tools. Also hier so Messschieber. So einen Endkrater. Und dann gibt es lauter Halterungen, was man sich einfach ausdrucken kann. Die dann genau für die Sachen passen, was man braucht. Also echt sehr sehr cool. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch schon Sachen selbst entworfen. Zum Beispiel hier ein Cover für den Razer. Das ist hier einmal für den Shihiros Razer. Und auch für die 2 ADR Razer. Vielleicht gibt es die irgendwann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die auch zum Verkauf anbieten werde. Oder ob ich die Sachen nur für mich drücke. Aber ich finde das ganze Setup hier. Also auch mit der Unterlage und dem Brett. Und dem Licht. Und den 3D Drucker echt sehr sehr cool. Und hier versende ich auch die Tool Stands. Also hier sind die Tool Stands verpackt. Ich habe noch zwei Stück aus Buche. Die gibt es jetzt auch um nur 130 Euro. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann schlagt da gerne zu. So günstig wird es die wahrscheinlich sonst nie geben. Weil die aus Buche waren nur so ein Restematerial, was noch übrig war. Die wir mitgemacht haben. Aber standardmäßig gibt es die ja nur in Wildeiche. Und davon ist noch einer da. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. In meinen Shop könnt ihr bestellen. Nach Deutschland sind es 10 Euro Versand. Und Österreich ab 60 Euro kostenloser Versand. Also jetzt zuschlagen. Ich weiß noch nicht wann neue kommen. Mal schauen. Müssen wir noch ein bisschen was bei der Produktion verbessern. Damit die ein bisschen schneller zum Produzieren gehen. Aber ja, hier habe ich Kartons. Ich habe auch hier so einen Stempel. Wo ich mein Logo auf die Kartons machen kann. Finde ich sehr cool. Und hier verpacke ich die Sachen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe ja nicht so viele Sachen. Und ich habe ja nicht geplant, dass ich jetzt einen riesen Shop aufbaue. Sondern ich möchte ja nur so ein paar coole Produkte haben. Und das macht schon Spaß, da immer wieder mal Sachen zu verschicken. Und zu wissen, dass ihr das dann zu Hause auspackt. Und coole Produkte habt. Und jetzt kümmern wir uns um das Wasserfall Terrarium. Was ich glaube vor 1,5 Jahren eingerichtet habe. Das war ziemlich spontan. Und das Video läuft echt gut. Also da schauen echt viele Leute und haben echt viele Leute geschaut. Es ist mittlerweile ein bisschen overgrown. Also die Pflanzen sind ziemlich gut gewachsen. Ich habe auch so ein bisschen Schimmel auf der einen Stück hier. Und das mit den Lichtfassen ist ein bisschen blöd. Aber wir nehmen nochmal die Abdeckung ab. Das ist einfach nur so eine Plexiglasplatte. Also nichts wirklich besonderes. Das Aquarium ist ein altes Liquid Garden Light Aquarium. Die gibt es aktuell nicht mehr. Aber es ist ein Floatglas mit 45 cm. Ich nehme jetzt erstmal ein Stück Küchenrolle. Und versuche die Scheiben ein bisschen zu putzen. Aber die sind ein bisschen schmutzig. Ich glaube ich habe die noch nicht ziemlich häufig geputzt. Also einfach mal die Scheiben sauber machen. Ich habe auch hier verschiedene Messbecher, wo ich Müll reinschmeißen kann. Einmal so Küchenrolle und einmal für die ganzen Pflanzen. Und einmal noch Pflanzen, die ich aufheben möchte. Und hier noch eine Schere und eine Pinzette. Ich habe jetzt hier so eine gröbere Pinzette. Weil das ziemlich grobe Pflanzen sind. Jetzt will ich aber nicht einfach nur alles abschneiden. Sondern ich hole mal Sachen raus. Hier ist zum Beispiel so eine Tilantie. Die ist komplett vertrocknet. Die ist nichts mehr. Die ist aber glaube ich schon relativ lang vertrocknet. Und jetzt hole ich mal so ein paar Stücke von Empfarn hier raus. So, ich nehme hier noch so ein Tablett. Weil ich glaube der beste Weg hier ist jetzt. Wirklich alles einfach raus zu holen. Man kann sehen die Pumpe läuft noch. Hier ist eigentlich sowas drüber. Damit sie nicht so plätschert. Aber sie läuft noch. Ich habe die ja komplett eingebaut. Mit der Hoffnung, dass ich die nicht irgendwie reinigen muss. Weil wenn die sich zusetzt, komme ich da nicht mehr rein. Dann muss ich das ganze Teil neu machen. Ich war mir aber gar nicht so sicher, ob das überhaupt zu lange läuft. Oder ob das überhaupt funktioniert. Bin aber sehr froh, dass es gut funktioniert. Und wie man sehen kann. Die Pflanzen wachsen enorm gut. Ich hole mal die ganzen Fahne raus. Hier ist ein Stück. Was das Wasser abgrenzen. Oder was das Wasser so ein bisschen regeln soll. Es sind auf jeden Fall sehr viele Pflanzen. Es sind einfach schon viel zu dicht geworden. Die Pflanzen. Also allein die Grasartige hier. Ich glaube das war so ein bisschen und ist jetzt viel mehr. So und hier kommt ja das Wasser ziemlich steil raus. Und das willst du mir auf jeden Fall ändern. Da nehme ich einfach ein Stück Kork und zwei Zahnstopper. Ich glaube ich muss die auch kürzen. Ich breche mir die einmal. Und stecke das hier in die Korkrückwand. Und dadurch verteilt sich das Wasser hier schön über den Steinen. Jetzt ist das Ding, dass wir gar nicht so viele Pflanzen dazusetzen sollten. Weil sonst wird das Ganze gleich wieder zu schnell voll. Deshalb nehme ich nur echt kleine Stücke von den Fahnen. Und stecke die daran. Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch irgendwelche Pflanzen, die das Wasser hier so ein bisschen abschirmen. Ich habe mir da eine Handvoll Christmas Moss geholt. Und das stecke ich hier in die Schlitze. Das kann auch gut komplett nass sein. Das ist das gar kein Problem. Ich kann sowas einfach da drunter stecken. Ich würde sagen wir lassen das einfach so. Weil sonst wird das wieder zu voll. So und jetzt schaut das Ganze für das erste Mal ganz gut aus. Und fast so wie vor 1,5 Jahren. Also kommt es wieder zurück an seinen Platz. Ganz wichtig ist auch immer die Tools zu reinigen. Weil es gibt nichts Blöderes. Wenn man die einfach schmutzig lässt. Und die dann einfach kaputt gehen. Weil die fangen dann an zu rosten und vertrecken. Also immer die Tools putzen. Vor allem wenn man es so teurer hat, dass der schlache Alter die A-Pinzette. Die sollen natürlich auch ewig halten. So ein paar Pflanzen werde ich jetzt ins Paludarium setzen. Vor allem die Fahne hier. Ich glaube das wird ganz gut passen. Und der Rest kommt weg. Also natürlich könnte man es noch aufheben. Aber ich habe so viel davon. Und ich habe keinen Platz für das ganze Zeug. Also gehen wir rüber und platzieren das irgendwo im Paludarium. Das ganze soll ja auch dauer gut aussehen. Das Paludarium auch wenn es weg kommt. Das bekommt ja meine Schwester. Und da werde ich mich mehr oder weniger immer wieder mal weiter drum kümmern. Deshalb schaue ich, dass es natürlich richtig gut ausschaut. Wenn sie es bekommen. Und mache da noch ein paar Fahne dazu. Und jetzt werde ich natürlich noch die nächsten Tage schauen. Wie sich die Fahne so verhalten. Ob sie genug Wasser bekommen. Und dann werde ich vielleicht noch die Position ändern. Oder wenn sie dann sterben wegen der Umstellung. Und weil es nicht ganz passt. Muss man sie auch wieder entfernen. Das passiert immer wieder mal. Ich probiere ja die meisten Pflanzen einfach aus. Und weiß oft nicht am Anfang ob sie wirklich funktionieren. Und manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Und so sieht jetzt das Paludarium aus. Also wieder relativ schön. Also jetzt muss es wieder ein bisschen nachwachsen. Aber ich glaube so schaut es auf jeden Fall um einiges besser aus. Man sieht auf jeden Fall wieder etwas. Also man kann wieder den Wasserfall erkennen. Der ja vorhin komplett überwachsen war. Auch jeder Teil. Also schaut wieder ganz gut aus. Das Glas hier werde ich jetzt erstmal leer lassen. Also schreibt gerne in die Kommentare was ich damit machen soll. Wie ich das einrichten soll. Ein Aquarium mit Sachen was raus wachsen. Oder nur ein Terrarium mit nur Terrarium pflanzen. Also ab in die Kommentare damit. Neben den Razor Covers habe ich auch noch so Sollbecher gedruckt. Also um Soll und Sand wo einzufüllen. Und wenn ich noch irgendwelche Ideen habe was ich noch so drucken kann mit meinem 3D Drucker. Für Projekte vielleicht. Vielleicht irgendwie ein Aquarium und Terrarium mit 3D gedruckten Sachen. Im Aquarium selbst bin ich nicht so ein großer Fan davon sowas als Deko zu verwenden. Aber vielleicht hat der ein oder andere noch eine coole Idee. Also hier kann man jetzt sehen die Garnelen fleißig dabei die Futterreste von vorhin aufzusammeln und zu fressen. Das sind ja einige Amano Garnelen. Und jetzt ist ja das Aquarium ziemlich algenfrei. Und dann finden sie nicht mehr so viele Algen. Deshalb kann man da ein bisschen mehr füttern als die auch aus Aprikuren. Aber bald werde ich die Fischgruppe hier vergrößern. Also noch mehr so den Daniel Axelrode einsetzen. Und vielleicht noch den ein oder anderen Fisch mal schauen. Vielleicht so irgendwelche Zwergpumpage. Also das war's mit dem Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.